Hallo und herzlich willkommen zur vierten Aufnahme von Warframe. In dieser Runde geht es weiter im Merkur-System. Und zwar werden wir die Laris-Mission spielen, also die Sabotage-Mission auf der Raumstation Laris. Und mit dabei ist wie immer der Carsten. Hallo. Zusammen werden wir die Bude rocken hier. Redig aufmischen werden wir das Ganze. Ganz genau, wir werden KIs niedermetzeln. Und was hat die Mission für ein Ziel? Sabotage. Sonntag. Das heißt wir werden irgendeine feindliche Kraftwerk oder so zerstören oder wie auch immer. Werden wir mal sehen. Ja, von mir aus kann es losgehen. Gut. Das dauert noch 55 Sekunden. Ich glaube, wenn du jetzt auf Laris klickst, dann geht er schneller. Genau. Oh, okay, gut. Ah ja, stimmt, hatten wir ja letztes Mal. In der Tat untersehe ich uns weiter kämpfen, ja gut. Also hier in diesem Beispielbildschirm, da sind Gegner zu sehen, die ich bis jetzt im Spiel noch nicht gesehen habe. Ich bin mal gespannt, wann die auftauchen. Oha, was ist das denn? Natürlich. Ich bin mal gespannt, was uns erwartet. Ja, und ich erst. Keep moving. None of the scanners have detected you. Okay. Gut. Noch sehe ich keinen Gegner. Auch nicht. Hier ist ein Rohr, wenn man durch kann. Aber das ist schon so wie eben, ist man in der Sackgasse. Okay. Das Ausrufezeichen sagt nach oben. Das ist noch eine Kiste. Das Zeug klebt ja aber auch überall, ne? Ja. Oh, Alter. Das sieht richtig widerlich aus. Hier geht's aber auch nicht lang. Ne. Und irgendwie sind ja keine Gegner bis jetzt, das wundert mich. Ähm, da. Ich wundere. Schiecht doch irgendwas. Ach, hier drüber, ne? Siehst du das? Was? Da hier in der Mitte? Oh, ja! Schiecht irgendwie sowas. So eine Energie oder sowas? Keine Ahnung. Das sieht verdammt seltsam aus. Ich bin mal gespannt, ob uns das sieht, wenn wir... Ah! Ich glaube, ich habe eine Ahnung. Was denn? Guck mal hier, das... Das ist der Ventilator hier. Kaputt. Ah. Jawoll. Oh, ich höre was. Das hört sich nicht schön an. Alter, was ist denn das denn für Viecher? Alter. Oh, ich glaube, die haben uns gesehen. Oh, ich höre was. Ähm. Oh, shit. Komm rein hier. Oh, was zum Henker. Was für so eine Energie, die da rumfliegt. Alter, was sind das für Viecher? Oh, shit. Okay. This research can have unimaginable repercussions. Lee on your guard. Was habt ihr erzählt? Äh, ich habe gerade... Nämlich so nicht zu... Ich auch nicht. Irgendwas von irgendwelchen Kreationen, die... Oh, shit. Jetzt hat es irgendwie was von Halo, so ein bisschen. Ja. Von der Optik her. Gefällt mir aber ganz gut. Ja, ich finde es echt geil. Was ist hier? Alarm. Oh, da kann ich was... Aufdruck. Oh. Was sagt denn das Ausrufezeichen? Ah, hier sind noch Thronen. Da ist auch noch ein Schrank. Nein. Aufzug. Ich glaube, wir müssen nach oben wieder. Ja, ich glaube auch. Höher geht es aber auch nicht, ne? Ach da, okay. Ja, warte, hier war... Oh, nee, hier ist nichts. Ich frage mich, was man hier sabotieren soll. Diese ganzen Schatten ist doch so schon im Arsch. Das hat aber auch ein bisschen was von Dead Space, oder? Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Wie viel da lange rutscht. Wie rutscht man nochmal? Sprinten und dann ducken. Oh, ja, tatsächlich. Oh, hier. Oh, fuck. Ey, das ist ja wirklich wie die Flut. Jetzt haben wir zwei Ausrufezeichen. Zwei? Wir müssen mehrere Sachen zerstören, glaube ich, ne? Wahrscheinlich. Wir müssen hier diese... Oh, hier geht es runter. Ah, hier. Wie sollen diese, diese... Diese... Na, wie nennen sie sich? Oh, die Panzer... Ah, die Bohrer... Das Ding hier. Das sind Bohrer. Wie zerstört man die denn? Ähm, braucht man? Keine Ahnung. Ah, okay. Was dann? Die haben hier hinten dran so einen Tank. Ah, ein Treibstoffstank auf der Ende verschießen. Ja, gut. Oh, hier sind Schränke. Hm. Ich muss dann zunächst mal messen. Die Frage ist, wie viele von diesen Baumaschinen gibt es. Also bis jetzt zwei, so wie ich es sehe. Ich frage mich, ob ich auch Treppen hochrutschen kann, weil das muss man immer auch ausprobieren. Wenn du gedrückt hältst, dann rutscht der länger. Ja. Ja. Ja, ich kann Treppen hochrutschen. Geil. So, hier müssen wir lang, ne? Ja. Oh. Shit. Oh, pass auf. Ich hab ein Hologramm erschaffen. Mit zwei kann ich, äh, kann ich die blenden. Ich guck mal kurz, mit zwei kann ich, auf zwei hab ich nichts, aber auf eins hab ich dieses Hologramm, was sich da hinstellt. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja. Und, äh, das Hologramm läuft sogar, ne, läuft nicht rum, aber ich hab noch irgendwas anderes. Das ist hier eine Fabrik oder irgendwie sowas mit unter. Sieht so aus, ne? Ja, das ist wie so eine Mine, weißt du? Mhm. Ja, klar, Tunnelbohrmaschinen und, äh, was ist das denn, ne Mine? Von irgendwelchen Parasiten besetzt jetzt. Vielleicht so tief gebohrt und auf irgendwas getroffen. Sieht so aus. Hm, ah, ich glaub wir müssen, naja, wir müssen hier auf eins von diesen Dingern drauf springen, oder? Nee, geht nicht. Äh, wofür ist diese Rampe? Allee, mir geht's ja noch weiter. Oder auch nicht, äh. Ich sehe hier oben immer noch einen Gang. Moment. Wir müssen auf jeden Fall... Okay, das war keine gute Idee. Wofür ist diese Platte hier, was hab ich meinen, das muss doch irgendwie einen Sinn haben. Eigentlich ja. Kann ich nicht da hochspringen? Nee, ich kann auch nicht da rüber. Hm. Oh, hier ist ein Vieh. Ich bin jetzt in einem so einem Wagen drin. Ja, lol, ich hab's hier rüber geschafft. Echt? Wie bist du denn? Hier ist so ein Geheimgang, ja, ich bin hier drüben reingefahren. Du musst auf so einen Container drauf springen, kann mitfahren. Warte, das muss ich jetzt aber rüber ausprobieren. Ich bin gewundert, so eine Rampe, die muss ja für irgendwas gut sein. Anlauf, oder? Auf so einen Wagen? Auf so einen Wagen drauf, ja, vorne drauf. Also an die Seite kannst du auch nur Wraps und da drauf stehen. Ah. Genau. Okay. Kommt man hier drüben hin? Jede Menge Kisten. Das ist ein Seil, kann man das irgendwie benutzen? Äh, ja, ja, das kann man benutzen. Und wie? Mit E einfach? Ah, okay. Hier geht's nicht weiter. Toll. Ah, da geht's noch. Da geht's noch weiter. Lol. Boah, ich bin jetzt gerade, du warst ja mit drin. Ich glaube, wir sind hier richtig. Ich glaube auch. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite, okay. Genau. Also, das haben wir dann ein Seil. Ähm, ich glaube... Hier geht's auch nicht weiter. Doch. Doch, doch, das geht hier weiter. Oh, ja, das ist grün. Ja, tatsächlich. Ich schieße. Oh, ich seh schon, wo es weitergeht. Sind wir nicht wieder am Anfang? Das sieht ziemlich gleich aus, ne? Ja, verdammt gleich. Nur, dass jetzt diese Wagen angehalten sind. Ne, die waren vorher auch angehalten. Ja. Guck mal, hier oben ist ein kaputter. Oh, ja. Aber ist das nicht das Ding, wo wir hergekommen sind vorhin? Ich glaube, da geht's... Ja, aber der war ja offen. Ja, ich kann sagen, dass das Level jetzt wieder zubaut, wenn man das nicht geladen hat. Weißt, was ich meine? Aber ja, hier, das ist eindeutig, hier muss man langen. Da waren wir vorher nicht. Hm. Oh, Ende hat er. Hab ich. Hier schon wieder dieses Tennisballgeräusch. Ja, ist ein bisschen merkwürdig, ne? Ja. Boah, ich hab mich hier schon ein bisschen verlaufen, glaube ich. Äh, okay. Dunkel. Alter, wohin gehen wir zum Teufel? Aber ich glaube, hier sind wir richtig. Puh. Hier ist ein Ausrufezeichen. Ist das über uns, oder was? Also das Ausrufezeichen hat ja noch so einen kleinen weißen Pfeil. Der zeigt nach oben. Ähm. Da geht's auch nicht weiter. Oh. Ich hab mir da reingefallen. Ich Idiot. Nee, hier ist gar nichts. Ähm. Oh, wir müssen zurück. Hm. Ja, klar, ich meine, wenn wir hier nicht mehr weiterkommen, aber... Ja, hier... Sind wir mit dem Ausrufezeichen vorbei. Oh, hier ist noch ein Schrank. Nein, geht's aber auch nicht weiter. Nee, müssen wir wieder. Wir müssen die Treppe wieder hoch. Hm. Haben wir hier schon? Da ist ein Schrank. Na ja, klar. Von hier sind wir gekommen. Aber hier in dem Ventilatorschlitz, da war auch noch eine zweite Möglichkeit. Beziehungsweise sind wir hier überhaupt lang? Hier sind wir noch nicht lang, ne? Ähm. Nee. Ah ja, klar, und hier geht's auch schlimm. Aber da geht's zum... Da ist er. Wo ist der Tank? Ja, genau. Oh, dieses... Dieses Ding hier. Okay. So. Hol noch einen. Hm, null, hier ist nix. Ich glaube, wir müssen durch diesen Ventilatorchlitz nach dem Arm, beziehungsweise kann man nicht hier hochfahren. Jo. Erinnert mich doch grad so, wenn ich so nachdenke, an Dead Space. Ja, ja, doch. Ein bisschen. Weil da gibt's auch so einen Koop-Modus. Das ist... Beides, Halo, Dead Space. Das ist irgendwie... Ja. Dieses Gesamtgefühl geht in die Richtung, auf jeden Fall. Aber doch mehr Dead Space als Halo jetzt, wo ich drüber nachdenke. Ja, doch. Oh, oh, halt ohne die krassen Grusel-Momente. Warte, ich hab keinen Schemper, wo wir hin müssen. Und irgendwie sind hier verdammt wenig Gegner. Mhm. Wahrscheinlich war das jetzt hier so ne... Wow, Rückzug, Alter. Oh, da kann man ja. Meine Fresse. Oh, was sind wir denn jetzt hier geladet? Das ist voll verwirrend. Da geht's auf jeden Fall da unten. Was ist das? Ist das Lava oder was? Ja, Tatsache. Oh, hier sind ein paar Schränke. Oha. Boah, hier sind alle müde. Ja, fast. Fast. Sehr schön. Immer mitnehmen. Immer alles mitnehmen. So, rauf müssen wir. Ach so. Äh. Hä? Hä? So sinnlose Wege manchmal, ne? Muss man das verstehen? Oh. Ich glaube... Ah, Tatsache. Oh, in der dir. Boah, ich hab mich gerade in den Tunnel reingeholfen. Oh, fuck. Meine Fresse. Wo kommen die denn auf einmal her? Wollen die mich verarschen? Kommt noch einer. Boah, alter Vater. Tjoa. Ähm. Hier geht's auf. Wir müssen auf jeden Fall hoch, ne? Ah ja, gut. Ich guck mal kurz hier unten, ob ich was finde. Ja, ich guck mal oben. Hier ist schon eine Truhe. Hier unten gibt's Erfahrung. Zweimal. Hier sind verstreut ein paar Kisten. Ja. Da hinten, wo ich herkomme, ist Thomas schon. Oh, ich seh schon, ich seh schon. Oh, hier ist noch so ein Kap-Pullis-Belüftungs-Dings. Wo? Hier bei mir. Ich komme. Ich guck mal, was da drin ist. Gegner auf jeden Fall. Ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal. Oh, hier ist auch noch eine Tür. Ist der noch runtergefallen? Also, dieses Hologramm ist ziemlich geil. Ach. Definitiv. Und diese komische Substanz, die da rumfliegt, die irritiert mich unnormal. Ja, hier ist das Ende. Ach, hier ist so. Aber, wir haben ja noch ein Ausrufezeichen. Naja. Ich glaube, ich weiß, wo's da hingeht. Hinter dir ist einer. Ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal. Ich guck mal. O Kaay. Oh ja, 我iale Station. Oh Du hast grad voll durch mich durchgeflogen, hast du gesehen? Ja Dieses komische roter Zeug ist voll durch mich durchgeflogen Frag mich was das ist Hm? Ich frag mich was das ist Kein Dons Wegpunkt Hä? Hier Oh shit Mehr Meine Fresse Sind wir wieder runter? Jetzt sind wir wieder hier Weißt du wo das ist? Ich dachte sie sind weil die Ladung kaputt gemacht Hä, aber wo müssen wir hin? Oh, hier ist doch so ein... Ah, hier! Hier, 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 jetzt ist das hier nämlich offen Da war es vorher zu Ah, okay Alter, das geht ja noch weiter Da oben ist es Ah, ja Alter, ist das hier ein Raum, man Das ist ja riesig, vor allem ist das ein Wasserbecken, oder was ist das hier? Das ist wie ein Landefeld, oder sowas Ja Geil Alter, Vater Müssen wir wieder hier rauskommen Ja, passt Ja, da kommen wir nicht hoch Aber hier nebenan ist ein Treppe Natürlich kann ich den Umweg sparen, aber nein Ah ja, den haben wir denn hier Oh, noch einer Was? Ja Ähm Au, au, au Ich darf aber Wenn du im Aufzug hoch springst Ähm Fällst du dann tiefer? Äh Was? Wenn du hoch springst, während der Aufzug nach unten fährt Fällst du dann tiefer? Ja Nee, oder? Das ist die Frage Ich mein Ja, ist doch scheißegal Ich rote jetzt durch die Tür Schwalig Oh Leute, der ist hier nebenan Ähm So, jetzt aber zum Ausgang Da oben gibt's irgendwas Irgendwie kann man nicht so einen Walljump machen Von Mauer zu Mauer, weißt du? Ah, doch, 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 hier Was, wie hast du das denn gemacht? Einfach Escape, ähm, Leertaste, mit Leertaste, also wenn du so wollte, mit Sprinten auf die Mauer und dann Leertaste drücken, dann springst du da hoch mit so einem Backflip Ah Warte, hier geht's noch eine Treppe hoch, ich kann mal kurz gucken, was es hier oben gibt Ah Hier ist gar nichts Bist du durch die grüne Tür gegangen? Ja Da ist nix, äh, hier geht's weiter Ach, hier sind wir Ah, ich kann nicht bestimmt, warte, guck mal, guck mal, seitlich, ne? Ah, wie geil ist das denn bitte? Das kann man bestimmt, warte, guck mal hier, in dem langen Gang hier Oh, da sind schon wieder welche Das wird jetzt eine Massenschlacht Oh, jetzt kommen sie von da wo wir gekommen sind, weißt du? Ja, da war der Bullshit So, wo war der Ausgang? Ich glaub, da, den hab ich noch nie gesehen Wo warst du denn, wo bist du denn? Hier unten drin Guck mal hier Guck mal, erstmal kann ich hier endlos lang hochlaufen Ach, okay Also ich kann mich da oben festhalten, wie es aussieht Ne, warte, jetzt Wie hab ich mich da oben festgehalten? Ja, ja, genau Guck, guck hier, lass mal an Du rutsch da runter Na, guck mal, was noch krass ist, guck mal, das hier Wie lange ich da langlaufen kann Das ist krass Nicht schlecht Fühlt sich ziemlich cool Fühlt sich ziemlich cool Ah, müssen wir nicht hier hoch? Hier Glaub ich jetzt zumindest mal, dass wir hier hoch müssen Glaub ich jetzt zumindest mal, dass wir hier hoch mussten Boah, hat er mich zurückgeschleudert Und er hat ne fiese Ne fiese Rechte hat der Typ Zum Glück nehmen wir ihm seine Rechte einfach ab Ich will berauben ihn seine Rechte Äh, da bin ich jetzt hier raus versehen Falsch Oh, jetzt sind da schon wieder Alter, schön Hit uns Alter Vater Ähm, woher müssen wir überhaupt? Ah ja, hier vorne Da war ein Schrank Hier waren wir auf jeden Fall, oder? Ja, da waren wir, alle Schränke sind schon offen Ja, genau, jetzt ist das Ende hier Puh Boah, ich muss nur reinhalten Alter, schläge Alter, ich blende die immer Puh Was geht denn ab? Ist wir da hoch, oder was? Jo Wollte man? Hä? Genau, hä? Nein Ah, da ist Erfahrung runtergefallen Boah, da kommen schon wieder welche So, wie kommen wir denn da hoch? Irgendwie? Warte mal Genau Nee Oder? Gehst du weiter? Nee, der ist der Gasse Hm Da oben geht's aber auch nicht weiter, da oben der Gang ist zu Wir müssen doch nach unten, wir müssen nach unten Hier unten Richtig Richtig So, ums bisschen bled sind wir, oder? Pfeilzweck nicht nach unten und wir gehen wollen auch um Ja, ist aber egal, ey, ein bisschen blind abfeder, Mann Oh Was? 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 Ja Haha So, Pidupi Was? Oh Oh, von links, von rechts, uh! Okay, das war's. Ja, alles zerstört. Du hast mal wieder mehr Schaden gewischt, hast aber auch wesentlich mehr eingesteckt als ich. Äh, ja, 102, 81, das übliche, Kopftreffer, kein Kopf, wieso mach ich keine Kopftreffer? Sag mal! Das ist doch Quatsch, ich mach doch auch Kopftreffer. Ja, das war auch geil. Die Runde fand ich echt gut, die Monster waren cool. Ja, auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. So, warum ist jetzt ein Ausrufezeichen bei Tollsoy? Äh, lange nicht. Wahrscheinlich, weil das jetzt der letzte von Mercur ist. Wahrscheinlich. Gefangenname. Hm. Äh, wieso, wieso hast du noch... Was? Ich... Weiß nicht, das war ja vorher noch nicht. Das auch nicht so. Ah, hier, mach mal, mach mal Escape. Ja. Und dann, äh, guck mal, links steht Neuigkeiten und Alarmierungen. Ja. Tollsoy, feindlicher Spion lokalisiert. 0 Stunden 42 Minuten. Dann müssen wir jetzt das auch noch spielen, ne? Auf jeden Fall. Äh, wir kriegen auf jeden Fall eine Belohnung, wenn wir ihn... Töten. Ja, dann muss ich sagen, machen wir das jetzt, oder? Okay. Dann hauen wir jetzt direkt rein. Gut. Warte mal, ich muss dich, glaub ich, vorher einladen, oder? Ja, ja, stimmt. Ähm. Einladen. Beeil dich, wir haben nur noch zwei Stunden Zeit. LoL, das ist echt cool. Hast die Einladung bekommen? Oh ja. Gut, ich bin am Joinen. Gut, also. Dann wird das hier mal ein Zwei-Level-Special. Oha. Ich bin gespannt. Oh. Das sieht ja schon mal geil aus. Also ich glaube, ich hab ein neues Lieblingsspiel. Ja, ich glaube ich auch. Obwohl ich von, äh, von Blacklight auch nicht ablassen werde. Blacklight hab ich auch noch mega Bock. Ja, Blacklight ist auf jeden Fall auch sehr, sehr geil. Aber es ist halt nicht das hier. Du kannst die beiden Spiele auf jeden Fall nicht miteinander vergleichen. Nene, auf keinen Fall. Beides geiles Spiele auf ihre eigene Art. Und das hier ist echt nice gemacht. Vor allem, dass man das zu zweit spielen kann, ist top. Okay. Oh, da unten. Alter! Was? Hast du gesehen, wie ich da runtergeschrungen bin? Nee. Oh, Lava! Guck mal, ich bin... Der hat da unten geschossen und ich bin... So darunter und hab... Ja, das sieht man jetzt nicht. Ich bin quasi quer geflogen. Okay. Also man kann doch sein, dass die Gegner hier wesentlich mehr Schaden einstecken. Irgendwie schon. Aber guck mal, die verbrennen da. Wenn du die hier ins Feuer reinloggst, dann verbrennen die. Voll jund. Äh. Oh. Nein. Toll, wie soll ich denn da hinkommen? Da ist Feuer. Also okay, geht schon. So. Krass, dass das brennt. Das ist... Neu. Ja. Alter, oben ist aber ein Schrank, den Milchholz noch... Boah. Boah. Du kannst immer noch bekämpfen, wenn du willst. Alter... Kommst du klar? Jo, jo. Boah, hier oben war jede Menge Scheiß. Boah, die stecken aber jede Menge ein jetzt. Ja, ne? Ja, ne? Habe ja auch das Gefühl. Wahrscheinlich weil das gerade so ein Special ist. Können sein. Oh, von hinten, von hinten. Wo kommen wir denn jetzt nochmal her? Oh, fuck me. Alter. Was? Alter, meine Fresse. Was? Oh. Oh, wir fahren selbst mal, komm mal. Ja. Hier brauchen wir ein bisschen mehr Deckung Du brauchst Deckung? Ne, wir beide insgesamt Ich glaub hier ist nicht so mit reinrennen und auslöschen Boah, das löchert da unten, das blendet ja mal ultra hart, läuft mal der Tepper unter Boah, was? Hier rechts ist ne offene Tür Hm, ja Hier sind wir auch richtig, anscheinend Da schwee Guck mal, da ist einer mit nem Schild Siehst du das? Aua Ah lol Das ist... Alter, was ist er denn? Wie viel hält der denn aus? Alter 712 Erfahrungen gibt er auch nicht schlecht Der hat mal ultra viel Punkte gegeben Bin ich tot, oder was? Ne Ne Jetzt aber Oh, perfekt, danke So Ähm Meine Fresse Das mit den Schildern jetzt erinnert mich wiederum an Halo, mit den Schakalen Ja, 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 ganz genau Ja, irgendwie Aber abgekuffert geht's das auch nicht, es ist schon Sehr eigenständig, aber es ist Ja Keine Ahnung Die Verbindung zu Dark Space ist immer noch am... äh zu Dead Space ist immer noch am größten Ja, doch Oh, Vorsicht Boah, da ist schon wieder so einer, der mega viel einsteckt Der war aber auch ne badass Waffe, oder? Alter, da sind voll viele von denen Oh shit Alter Ich bin schon wieder down Ich bin schon wieder down Boah, was? Ah, jetzt bin ich down Und ich brenne Okay, kriegt man in meine Richtung Okay, der ist down Wie halte ich dich? Äh, mit E, gedrückt halten Ich hab dann, äh, Hologramm hingesetzt Meine Fresse Boah Alter Schwede Ich hab keine Munition mehr für mein Gewehr Ich schaue nicht Ich schaue nicht Boah, jetzt bringen die Kugeln auch endlich mal was Vernünftiges Ich hoffe, hier finden wir wenigstens genug Munition Hier ist gar nichts Äh Schon wieder so ne... Kontroll... Na, wir müssen den Alarm ausschalten Ich... Ich geb dir Deckung Willste einer kommen? Alles klar Gut Jetzt können wir zurück Oh nein Ich bin auch vor mir aufgetaucht Okay, ich bin schon tot Warte, warte, warte Shit, die aufhören Fuck Boah, du warst am Bluten Scheiße Stopp Nein, nein, nein nein net Nein, nein, nein nein, nein, nein nein nein, das ist zum Level proportions Warte, warte Ah, Glück gehabt Ja, was ist das da auf, übel kalkg Man... Ich glaube, das hattesse mit diesem Ausrufezeichen Oh... hinter Uns Äh? Ne Ich weiß es nicht, weil wir certified den Level abgemacht haben Keine Ahnung Kann ich nicht sagen Ich glaube nach unten müssen wir nicht Ne Der Pfeil zeigt nach oben Ja gut Wir müssen halt diesen Agenten finden Oder meinst du der Pfeil zeigt Was was Wir müssen halt diesen Agenten finden Ja genau So ähm Da Ja Ich glaube ich habe den Vorwärtshalter Also wenn du zweimal shift drückst dann machst du den Vorwärtshalter Oh fuck jetzt wieder Oh nein Oh Von denen hast du dich echt nicht treffen lassen Oh shit Oh shit Was waren mit meiner zweiten Special Attacken drauf 2 Komm hoch, komm hoch, komm hoch Setzer mal ein Klon hin Ja ich habe meine Scheiße keine Energie mehr dafür Alter wie viel halten die aus? Ja das ist unglaublich Boah schon wieder 2 Schotflug So haben wir Oh ich bin dran an der Ecke Hab ich Oh fuck Ich glaube am Ende Schieße auf die Fässer da Schieße auf die Fässer da Ja das ist gut dass sie schießen nicht auf diese Entfernung Ja das ist gut dass sie schießen nicht auf dieser Entfernung Ja das ist gut dass sie schießen nicht auf dieser Entfernung Fuck Kein Kein Bisschen im Sturmgewehr habe ich noch Ich habe keine Munition mehr Warte Shit Okay dann halt Nahkampf Das gibt es doch nicht wie viele Magazinen ich jetzt schon auf der Entfernung geschossen habe Oh fuck Fuck, 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 fuck Nein, 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 ich bin am Boden Ich bin am Boden Oh man, oh man! Gibt's hier irgendwie die Kisten wo du da bist? Ich habe gerade eine geöffnet, aber... Alter, ist das übel! Hm... Nee, hier ist nix... Hier geht's weiter... 60, oh... Uh, fuck, was war das denn? Alter, 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 ich liege am Boden! Nein... Ich auch gleich... Fuck... Ich bin da volle keiner reingelaufen... Ich versuche ihn zu blenden... Ja, ist er... Ich habe keine Monizol mehr... Shit... Ich setze jetzt ein Hologramm hier hin sofort! Raus, 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 raus! Ich bin draußen! Alter, komm weg da, weg da, weg da, weg da! Ich habe keine Monizol mehr! 20 Schuss für mein Sturmgewehr! Ich habe noch ein bisschen... Sobald du von der Tür weggehst, geht dir wieder zu, das heißt, du kannst... Was soll ich meinen? Ähm... 17 Schuss... Viel ist stumm wieder... Ich... Ich... Ich glaube jetzt da rein... Hilflex ist jetzt noch ein Hologramm... Ah... Oh... Fuck... Alter, 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 alter... Und ich liege schon wieder am Boden... Oh fuck... Ich kann da jetzt auch nicht rein... Ich habe auch keine Special-Fähigkeiten dazu verfügen... Ne, ne, ne... Hilflex... Ich glaube, ich kann mich nochmal wieder überleben, oder? Oh, ich bin auch tot... Hör... Fuck... Wiederbeleben... Komm hier... Affe... So, der ist down... Hast du? Ja... Ah, wir haben noch neue Munition, oder was? Meine Maus ist leer... Scheiße, 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 scheiße... Scheiße... Äh, wo bist du? Da bist du... Ich bin rausgelaufen... Kacke... Okay, doch, das ist ziemlich actionreich... Ah, kacke... Meine Fresse... Halt, das ist jetzt Level übel... Ja, das ist mal richtig... übel... Oh, nehmen wir uns wohl... Oh, bitte, bitte, bitte... Munition, Munition... Bitte, bitte, bitte... Shit... Ne... Nix... Oh, hier ist noch eine Kiste... Oh, Munition... Wuhu... 20 Schuss... Hier ist noch ein... Hier, hier, hier... Das ist leer... 100 Erfahrung... Äh... Wenigstens ein bisschen Munition... Ich bin mir echt gespannt, wo das uns jetzt noch hinführt... Alter... Ja... Das wird wahrscheinlich ziemlich übel jetzt... Wir haben fast keine Munition mehr... Und da kommen schon noch ultra krasse Gegner... Ja... Vor allem am Ende... Da oben ist der Ventilator... Au... Shit... Warum läuft der weg vor uns? Ah, er will den Alarm auslösen... Oh, direkt vor mir sitzt einer... Ja... Gott... Hm... So... Ich glaube, wir gehen hier keine großen Umwege... Ähm... Müssen runter... Gut... Ähm... Wie wird er jetzt? Der Pfeil ist hier hinten... Ne, jetzt... Jetzt wird er runter zeigen... Wir müssen hier runter... Aber warum hat er hier so'n... Blauen... Marker hingesetzt? Du hast noch einen blauen Marker? Ja... Du nicht? Ne... Hä? Versteh ich noch... Okay... Ja, haben wir jetzt nicht zwei Missionen... Wir haben einmal die Mission des Normale... Was wir normalerweise machen müssen... Und einmal die... Ah, wahrscheinlich... Ja... Das kann gut sein... Und dann noch nebenbei den Agenten... Wenn wir den noch finden... Okay... Aber hier kommen wir doch her, oder nicht? Hier kommen wir her... Ja, hier kommen wir eigentlich her... Ja, verstehe... Was ist das denn für'n kranker Scheiß? Siehst du diese Spur dir hier? Diese was? Hier die Spur auf dem Boden... Immer links, rechts, links, rechts... Äh, hab ich schon gesehen... Voll seltsam... Ey, wo will der uns denn jetzt hinführen? Du siehst den nicht? Du siehst den nicht? Nur einen blauen Marker... Ne, ich hab nur... Der zeigt mir grad dazu diesen Pult... Okay... Hä? Zeig mir hier auf diesem Pult... Aber ich kann nichts damit machen... Irgendein Bug wahrscheinlich... Oh... Wir denken uns jetzt, das ist ein Bug... Aber mit der Wirklichkeit, das ist jetzt irgendwas... Ja, aber ich kann... Oh, ich brenne... Ich kann ja nichts mit dem Pult machen... Ist ja komisch... Egal... Folgen wir dem Ausrufezeichen... Würde ich sagen... Ja... Äh, doch... Bin ich mehr gespannt, ob wir diesen Agenten noch gekillt kriegen... Hm... Oder Specialist... Oh... Waren wir hier schon? Ja... 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 Gut... Runter und dann links... Genau... Und dann müssen wir wahrscheinlich wieder rüberspringen... Jo... Und die Falle runter... Lol... Oh, ich auch... Oh, ich bin grad hier mitten in diese Kommandozentrale reingerutscht... Und wusste nicht, ob wir Feinde sind oder nicht... Oh fuck, wieso kann ich denn hier nicht mehr springen? Geht nicht mehr? Ja... Bin grad ein bisschen zu blöd dafür... Hä? Was leid hast du denn? Ah, jetzt... Ich hab hier den Gegner... Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf... Langsam, 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 langsam... Oh shit... Oh, da ist er... Knall ihn ab, knall ihn ab... Wie viel hält denn der aus? Oh, er liegt, er liegt... Da haben wir ihn... Ok... Klopf... Schlenke... Oh, pass auf... Alter Falle... Alter Falle... Oh, da ist nur einer... Oh... Oh... Ich dachte jetzt... Jetzt ist da so'n... Portal von mir... Äh, so'n... Fuck... Oh, da sind da viele... Fuck... Warte mal... Oh... Oh... Meine... Fresse... Fuck... Keine Munition mehr... Fuck... Schon wieder... Keine Munition... Nix... Ah, fuck... Ich fliege... Wie ist er denn mit ner Schrotflinte? Fuck... Boah... Meine Fresse... Ähm... Hier lang... Na komm... Lass ihn schießen... Ne, hier geht's doch nicht lang... Ah scheiße... Wir müssen den Alarm ausschalten... Hier unten... Scheiße... Keine Munition... Ich hab Munition... Ich glaub den krieg ich... Hab ich? Schon tot... Ist tot? Ne... So... Ich mach... Shhh... Shhh... Uh... Operate completion... Move on... Fuck... Ach mit... Mit G kann ich nen Wegpunkt machen... Ach deswegen, weil er... Aber der sieht dann anders aus... Hier ist dann rot... Scheiße... Keine Munition mehr... Ich auch nicht mehr... Gar nicht... Okay... Naher Kampf... Und ich flieg schon wieder am Boden... Fuck... Ich versuch hier reinzukriechen... Warte mal... Ach scheiße... Ne... Oh fuck... Ich lieg auch gleich... Guck mal weiter rein... Guck mal weiter rein... Ich kam hier nicht hoch... Scheiße... Oh... Jetzt bin ich auch tot... Wiederbelebt... Ich hab nur noch zwei... Ich auch... Ist tot? Ja... Ich hab auch nur noch zwei... Jetzt hab ich wieder neue Munition... So... Pass auf... Hier ist noch der Schild... Der ist tot... Boah... Wo kann das denn her? Oh... Mann, 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 Mann... Oh... Alter Scheiße... Alter Vater Elf... Alter Vater Elf... Und noch 29 Schuss... Oh... Nicht schon wieder... Pass auf, da kommen welche... Fuck... Keine Munition mehr... Ah, ich hab noch einen Special... Okay, ich hab ihn... Wieder ein bisschen Munition... Vorsicht... Oh... So... Keine Munition... Ich kann auch keine Special Attacke gerade machen... Die sind scheiße... Ich kann eine machen... Jetzt kann man... Nur Grau da unten reinsetzen... Oh, ich hab wieder Schuss... Okay, einen hab ich... Oh, da ist einer... Fuck... Pfff... Boah, was... Ach, was... Ach, was... Ich habe die Schuss... Ich hat mich noch nichtgemacht! Die Schuss... Du hast dich nicht ausgelöst. Entfernen die Schuss... Du bist... Das ist Was ist denn da? So Wo müssen wir hin? Darüber? Ach nee, Alarm ausschalten Brennt wieder Habe ich Und jetzt einmal rüber Okay Shit Ähm, hier rechts Oh fuck, da kommen wir hier Ach Deine Kackschule Aua Ahem 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 Was Da hängt was Da hängt was Oh shit Hier ist was offen Oh, pass auf Dieser tichter ist bald, das geht mir so auf den Sack, das Fallengeräusch von ein bisschen rein Oh, pass auf, da ist noch einer Okay, hab ich Wollen wir weiter? Ja Ähm, links rechts Ich glaube hier Oder noch, ne doch nicht, oh fuck Ja, vielleicht ist da der Agent Was? Vielleicht ist da der Agent, was weiß ich meine? Mhm Dann sollen wir drauf scheißen und einfach hier durch Oh Hinter uns Ja, heads up A Grineer Assault Team is in your way Alter, nicht normal Ähm, müssen wir jetzt runter? Glauben wir ja Ja, wir müssen runter Läuft einer dir hinterher, aber guck mal sich nicht ob ich Da wird eine Lärm Hm Ich mach ihn gleich wieder aus Bin schon dabei Oh fuck Flieger am Boden, nein, das gibt's noch nicht Komme Komme, komme, komme Das ist eine schlechte Idee Ich weiß Das ist eine schlechte Idee Da ist uns Huh So Auch nach unten Einfach noch unten, komm, egal Fuuuck Oh hier ist ein Schrank Toll, Schrott Das ist ein Schrank Hinter dir Woa, woa, woa Was ist es sonst Da ist ein Schrank Oh, inhause, inhause Guuuut Nur noch 4 Schuss 2 Schuss Ach du Scheiße Ah hier hoch Oh kack 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 Ist das eine Kiste? Fuck nur noch 2 Schuss Gar keine Abolenzoll mehr Ich glaube besser hin Aber wir sind hier richtig Das klappt doch nicht Ohohoho Oh hier sind Schrank Ich sehe ihn Gott sei dank Pistolen Munition Ich sehe ihn Oh Oh der hat mir einer reingehauen Warte Warte Mua Wuh Ähm Ich bin hier Ich bin aber schon ein bisschen froh wenn wir das geschafft haben Alter richtig übel Vor allem wie lange sich das jetzt schon wieder ziehen Ja Äh hier gehts auch hoch weißt du Oh hier ist einer hinter dir Ist ja gerade hinter dir gespawnt oder was Ja hier oben sind Kisten Oh oh fuck und so ein ganz starker Was ist hier? Das ist ein ganz starker Oh shit Oh Keine Munition mehr Ich kann ihn nur einmal mit meinem Special eine reinhauen Fuck jetzt muss ich aber rein Puh Oh hier ist ein Alarm Ja Ja mal los Noo Fuck Oh kacke ich lieg am Boden Wo bist du? Ähm Auf der anderen Seite Unten oder was? Einmal rüber Unten? Was? Einmal rüber auf der anderen Seite Puck Oh shit Keine Munition mehr Tot Ich kann mich noch einmal wiederbeleben Ist jetzt das Oh Was? Voila was? Nein Ganz schnell Ne Aber Gleich bin ich tot Und ich bin tot Und ich kann mich nicht wiederbeleben Oh fuck Ich bin auch tot aber ich kann mich noch wiederbeleben Oh man Gleich bin ich ganz weg Und dann ist glaube ich gescheitert Ich kann nichts machen Da sind so viele Gegner Ja zu spät Oh nein Alter Nein Ich bin scheiße Hahahaha Ist aber auch übel die Mission Oh was? Scheiße Ach kacke Ach das ist richtig übel Meine Fresse Vor allen Dingen haben wir jetzt überhaupt keine Wiederbeleben mehr ne? Wir können jetzt noch nicht Wenn halt einer von uns stirbt ist vorbei Ja aber die anderen Level sind ja auch nicht so schwer Alter Hm Krass Hätte ich nicht erwartet Also das ist Boah Gut dass nicht alle Level so schwer sind Fünfzig Fünfzig Ja anscheinend Fünfzig Fünfzig Wir haben den Wir haben den Ah lol Was denn? Du musst das nochmal extra annehmen ne? Dass man den Spion killt Ja? Du gehst auf rauszoomen Dann auf äh Äh Feindlicher Spion lokalisiert Okay Und dann auf akzeptieren Ah Okay Aber das geht nur noch vier Minuten Ich glaub nicht das ist Ich glaub man hat vier Minuten Zeit um das zu akzeptieren Achso Aber du willst Keine Ahnung ob das Wirst du es echt nochmal machen? Naja ne Nee Reicht erst mal Also jetzt reicht es mir erst mal hier Äh Ja Leute Ihr seid grad Zeugen geworden eines äh Unglücklichen Kampfes gegen einfach unfair schwere Gegner Alter das ist richtig übel Ja Wie viel die mittlerweile einstecken Ist echt unfassbar Aber doch Doch sind wir weit gekommen Ja wir waren fast fertig Wir waren fast an der Abbrotstation Shit Scheiße Ja ja Richtig behindert Wir werden die Mission auf jeden Fall nochmal spielen Ja Ähm Das wird dann nochmal in der nächsten Folge Zusehen bekommen Deswegen Schaut mal das nächste Mal rein Dort werden wir es dann endlich schaffen Diese Mission zu spielen Äh Hoffentlich Und Ja Ansonsten habe ich hier noch ganz viele andere tolle Let's Plays Guckt einfach vorbei Schaut sie euch an Ja Ja Und dann würde ich sagen Bis zur nächsten Folge Ja Warframe ist schon Ist schon geil Aber übel die Missione übel Gut Leute Bis zum nächsten Mal Haut rein Das shit Schaut Ja Das shit Das ist denke Das shit Dö